Ey, zur Zeit echt YouTuber ohne Ende, ne? Einfach mal ein paar hundert Euro im Geldbeutel. Das ist echt ungewöhnlich für mich. Ich hab 11.000 Steam-Punkte, Alter. 11.000, 11.000! Was zur Hölle? Und ich bin verrückt. Wisst ihr, was ich gerade gemacht hab? Ich hab mir, äh... Alter, das werde ich so bereuen wahrscheinlich noch. Obwohl, vielleicht nicht unbedingt. Ich hab mir grad Forza Horizon 5 geholt. Und zwar in der Super Premium Special Edition. Sprich, ich hab mir die Version für 100 Euro geholt. Bisschen flexen heute, Alter.